Hey, wir sind vor der Band Kokas. Ich bin Lukas und ich bin Konrad und wir möchten euch etwas über den 25. und 26.8. erzählen. Da findet nämlich hier in Wittenberge der Brandenburg-Tag statt, beziehungsweise das kleine Festival um diesen wunderschönen Tag, wo wir das Brandenburger Land feiern, dieses Bundesland mit viel Raum, mit viel Natur. Hier natürlich in einer Stadt zentriert, mit allen seinen Facetten werden wir das Bundesland hier präsentieren. Wir freuen uns drauf, auch da selbst mitzuwirken. Wir werden nämlich schon einen Tag vorher und am 25. selbst, also am 24. und 25. August hier spielen, auf den Bühnen in der Stadt. Wir freuen uns, euch zu sehen, laden euch herzlich ein, das alles zu feiern, uns Brandenburg auch zu feiern und uns Brandenburger. Natürlich ist Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen unsere unmittelbaren Gäste auch gerne eingeladen. Berlin-Hamburg natürlich auch und der Rest der Welt möchten wir natürlich nicht vergessen. Ihr seid alle willkommen! Ihr seid alle willkommen! Ja, ich hoffe, wir sehen euch und freuen uns auf euch!